Grimult III. war von 788 bis 806 Dux Gentes Langobadorum im Herzogtum Benevent. Leben, Herkunft und Jugend Er ist der einzige den Vater überlebende Sohn des Herzogs Arichis II. Von Benevent und der Adel Perga, Tochter von König Desaitreus um 787 Sandte Arichis II. Seinen Sohn Romuald mit Geschenken zu Karl dem Großen, der in Rom weilte, um seine Bündnistreue zu den Franken zu bekräftigen. Wahrscheinlich auf Betreiben Papst Hadrians I., nahm Karl Romuald als Geisel und marschierte nach Kapur ins Benevent ein, während sich Arichis in stark befestigte Salerno zurückzog. Darauf sandte Arichis seinen Sohn Grimult zu Karl, der einen Friedensvertrag aushandeln konnte, welcher einen persönlichen Treueid und einen jährlichen Tribut von 7000 Solidi vorsah. Die Städte ARCE, Aquino, Apino, Sora, Teano und Kapua sollten an den Kirchenstaat abgetreten werden, wodurch Rom und Diapel mittels eines breiten Korridors verbunden würden. Grimult III. folgte als Geisel seines Vaters Karl dem Großen ins Frankenreich, während Romuald freigelassen wurde. Die fränkisch-byzantinische Allianz war beendet und so übergab Arichis die Städte nicht an den Papst, sondern soll stattdessen ein Bündnis mit Byzanz und seinem dort im Exil lebenden Schwager Adel Tschis geschlossen haben. Herrschaft Arichis starb am 26. August 787, doch Karl der Große zögerte Grimult III., den rechtmäßigen Erben aus der Geiselhaft nach Benevent zu entlassen. Adelperger übernahm für einige Monate die Regentschaft bis Grimult III., der Karls Oberherrschaft anerkannte und einen Treueid schwor Anfang 788 Herzog von Benevent und Salerno wurde. Ein byzantinisches Heer unter dem Sacellarius Johannes, dem Patricius Theodoros von Sizilien und Adel Tschis landete 788 in Kalabrien und verwüstete das Benevent. Grimult zog mit Dux Hilde Prant von Spoleto und dessen Aufgebot und einigen Franken, die unter Karls bevollmächtigtem Weinkisse standen, den Invasoren entgegen und schlug sie in einer für die Byzantiner verlustreichen Schlacht. Neben dem Oberbefehlshaber Johannes sollen 4000 Griechen gefallen und 1000 in Gefangenschaft geraten sein. Um 790 ging Grimult ein Bündnis mit den Byzantinern ein und heiratete Euentir, eine Enkelin des HL, Philartos und Schwägerin des Kaisers Konstantin VI., was ein fränkisches Eingreifen heraufbeschwor. König Pepin, Karls Sohn und Stellvertreter in Italien, verwüstete 791 dk Sekunden Benevent. 792 unterstützte ihn sein Bruder König Ludwig von Aquitanien bei einem zweiten Feldzug, der wegen einer Hungersnot abgebrochen wurde. Seit 792 führte Grimult den Titel Prinzips und auf seinen Münzen wurde der Name Karls des Großen nicht mehr genannt. In Urkunden führte er den Titel Grimult zum Momagno Prinz Langobardorum Gentii. Um 795 ließ Grimult sich von Euentir scheiden und schickte sie wieder zurück nach Hause. Im Spätsommer 800 schickte Karl der Große seinen Sohn Pepin erneut zu einem Feldzug ins Benevent, der ebenfalls ergebnislos verlief. Im Jahr 802 belagerte Grimult den fränkischen Comis oder Dux Winigis von Spoleto in Lucerie, nahm ihn gefangen und ließ ihn nach einem Jahr wieder frei. Grimult III. starb im April 806 und wurde in der Kathedrale von Salerno neben seinem Vater und seinen Brüdern beigesetzt.